Nach der jüngsten Rallye am deutschen Aktienmarkt haben sich die Börsenbullen heute erst einmal eine Verschnaufpause gegönnt, beziehungsweise gönnen sie sich noch, denn der DAX liegt aktuell leichte Minus mit 66 Punkten oder 0,5 Prozent, ganz genau im Moment bei 12.099 Zählern. Zum Auftakt der neuen Börsenwoche hatte das deutsche Börsenbarometer ja erstmals in seiner Geschichte die 12.000er Marke geknackt und war im Hoch bis auf 12.219 Zählern geklettert. Das war ein Anstieg um 2,5 Prozent an einem einzigen Börsentag. Wahnsinn! Natürlich ist das übergeordnete Thema weiterhin die Geldflut der Europäischen Zentralbank, aber andere Ereignisse, die uns in dieser Börsenwoche noch erwarten, werfen möglicherweise schon ihre Schatten voraus. Ich spreche vom Hexensabbat. Am kommenden Freitag ist ja der dreifache Verfallstag an den Terminbörsen. Da verfallen Optionen auf Aktien und Indizes und darüber hinaus noch Futures auf Indizes. Und im Vorfeld stellen einige Marktteilnehmer höchstwahrscheinlich fest, dass sie im Moment nicht so richtig auf der guten Seite liegen mit ihren Finanzwetten. Und deswegen müssen sie möglicherweise auch einige Positionen schließen, vor allen Dingen Short-Positionen. Und wenn man diese schließt, dann kommt es am Aktienmarkt oft an einem solchen Tag zu einer zusätzlichen heftigen Aufwärtsbewegung. Und das haben wir gestern gesehen. Ein sogenannter Short-Squeeze ist hier wahrscheinlich zusätzlich verantwortlich dafür gewesen, dass der deutsche Aktienindex gestern so stark zulegen konnte. Und gerade dieser dreifache Verfallstag an den Terminbörsen der Hexensabbat könnte natürlich auch in den kommenden Tagen bis zum Freitag noch für etwas größere, heftigere Schwankungen am Aktienmarkt sorgen. Außerdem steht ja am Mittwochabend auch noch die Zinsentscheidung der Notenbank in den Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Programm. Da gibt es dann natürlich auch am Abend um 19.30 Uhr geht das dann los eine Pressekonferenz mit Janet Yellen, der Präsidentin der Fed. Und da werden wir natürlich auch ganz genau hinhören, ob es irgendwelche Hinweise gibt auf eine möglicherweise geplante leichte Zinsanhebung in der größten Volkswirtschaft der Welt. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir schauen uns nochmal zwei einzelne Werte aus dem DAX an, die heute größere Bewegungen vollziehen. Wir haben die VW-Aktie mit 0,8% im Plus bei 257,15 Euro. Hängt damit zusammen, dass die Analysten der DZ-Bank das Papier zum Kauf empfohlen haben. Und dann gibt es eine Herabstufung für die Daimler-Aktie, die im Moment mit 2,4% im Minus liegt bei 93,53 Euro. Da waren es die Kollegen der UBS, die das Papier von bisher neutral auf Verkaufen herabgestuft haben. Also man empfiehlt hier mal Gewinnmitnahmen und dieser Empfehlung folgen jetzt einige Marktteilnehmer.